Viel Neuschnee in den Mittelgebirgen durch LMG bzw. Luftmassengrenze. Freitag Tauwetter, danach eisige Ostlage. Hallo und ein allerherziges Glück auf hier zurück zu einem neuen Bericht. Ja, die ungemütliche Witterung hält die ganze Woche noch an. Die Schneefallgrenze schwankt weiter so zwischen 400 und 600 Metern. Manchmal geht sie auch bis 300 Meter runter, ja. Und am Mittwoch deutet sich dann eine Luftmassengrenze an. Die den Berufsverkehr ungünstigerweise am Donnerstagmorgen lahmlegen könnte örtlich, ja. Gucken wir uns aber genau an. Am Freitag bekommt diese Luftmassengrenze dann immer mehr Baroklinität, ja. Also es wird keine Grenze mehr. Es wird dann quasi, die wird quasi an so einer schleifenden Warmfront und wird durchschwenken, wie gesagt. Und ja, Warmfront, das Wort sagt es schon, die Temperaturen werden dann eben auch ansteigen. Und in 1500 Metern Höhe am Freitag dann sogar teilweise über 0 Grad erreichen. Was dem Schnee selbst dann in den Kammlagen der Mittelgebirge unter zeitweise kräftigen Regen und Wind natürlich ordentlich zusetzen wird. Und dementsprechend auch, was die Mittelgebirge angeht, Tauwetter bis ganz nach oben folgen wird, ja. In den Alpen kommt durch eine sich einstellende Nordstaulage, ja, örtlich über ein Meter Neuschnee zusammen. Das schauen wir uns aber dann alles auch noch genauestens an in Bezug auf die Skigebiete oder diejenigen, die jetzt noch in die Skigebiete fahren. Gerade am Nordrand der Alpen, ja. Und dann schauen wir uns mal an, was macht denn der weitere Trend? Dreht der Wind eben dann ab Sonntag auf Ost, was eben dann eisige Kontinentalluft heranbringen würde? Und ja, zum Schluss schauen wir natürlich nochmal auf den Polarwirbeln. Da wollen wir auch mal jetzt direkt losmachen mit den aktuellen Schneehöhen am heutigen Morgen. Ja, und da sehen wir schon mal, ne, im Norden, null, überall Nullen hier. Ja, leider konnte es nix, Schnee im Flachland, alles sehr spätherbstliche Allüre, wenn man das mal so möchte. Dann hier der Harz schlicht raus, der Kahle Asten, ja, auch das Erzgebirge, der Thüringer Wald, Fichtelgebirge, natürlich, dann, ne. Der Bayerische Wald natürlich, dann hier Richtung Freudenstadt, auch 20 Zentimeter teilweise. Teilweise Schwarzwald natürlich und dann eben der ganze Nordrand der Alpen, beziehungsweise das Allgäu und der Oberbayern oberhalb von so 600 Metern teilweise 10 bis 20 Zentimeter Schnee. Und natürlich die Zugspitze mit, ja, was haben wir denn hier überhaupt? Mit 1,60 Meter, okay. Ja, aber wie gesagt, ansonsten auch Feldberg 88 Zentimeter, großer Arber 53 Zentimeter, Zinnwald, ja. Ja, 35, die Schmücke 31, ja. Und ansonsten Winterberg ist ja am Kahlen Asten gelegen, 30 Zentimeter Schnee, was ein kleines bisschen komisch ist für die ein oder anderen, ja. Der Brocken, gerade mal 19 Zentimeter, ist mit Vorsicht zu genießen oder genießen diese Schneehöhe, denn der Brocken ist sehr exponiert. Es gibt dort sehr wenig Bäume und da wird es, oder da hat es Schneeverfrachtungen bestimmt an der Messstelle gegeben. Dort oben liegt definitiv mehr Schnee als nur, wie gesagt, die 17 Zentimeter hier, die hier angegeben werden, ja. Ja, beziehungsweise die 19, so. Gut, vor Worte zur Wetterlage, ja. Wir sehen hier immer noch dieses sich eindrehende, antizyklonal eindrehende Hochdruckgebiet, ja. Also quasi mit dem Uhrzeigersinn sich eindrehend und natürlich dann auch korrespondierend dazu dieses Tieftruckgebiet hier und immer wieder Randtiefs, ja. Und dementsprechend kommt dann eben eine nordwestliche Strömung zustande, die über die Nordsee kommt, sehr feucht und dementsprechend auch sehr niederschlagsreich. Wenn man dann mal weiterschaut, wir sehen das jetzt hier bloß mal so, wir schauen da nochmal genauestens rein, immer wieder Niederschläge, die eben dann nordwestlich gelegen dann an die Mittelgebirge klatschen, kann man schon so sagen. Und dann kommt eben diese Luftmassengrenze rein zwischen diesem Hoch, ja. Es ist eben so, dass diese Isothermie dann in Bezug auf die Luftmassengrenze so sein kann, dass es auch mal bis ganz runterschneid am Donnerstag. Schauen wir es aber gleich nochmal genauestens an, ja, denn es wird auch kein großartiger Wind zu dieser Zeit eben, ja, anliegen. Ja, dann schwenkt das durch und dann wird sich an dieser Luftmassengrenze ein Tiefdruckgebiet hier etablieren, eine Warmfront quasi. Die Luftmassengrenze wird zur Warmfront und dahinter kommt dann auch wieder kalte Luft rein und das wird sehr niederschlagsreich, ja. Aber bis dahin wird auch einiges an Schnee richtig weggelutscht, ja. Nach hinten raus schauen wir dann weiter. Am Sonntag deutet sich wieder ein kleines Schneetief an und weiter schauen wir dann, wie gesagt, ja. Ich möchte jetzt noch nicht spoilern. So, schauen wir nochmal auf die Temperaturen in 850 Hektroferskalen bzw. 1500 Meter Höhe. Das sind im Prinzip die Luftmassen, die wir haben, die im Prinzip auch dafür zuständig sind, welches Wetter wir am Erdboden haben. Und wir brauchen mindestens für Mittelgebirgsblinder um die minus 5 Grad Celsius, je nach Geopotenzial anliegend, ja, in der Höhe, in 1500 Meter Höhe, damit wir Winter haben, ja. So, und das ist eben so, die minus 5 Grad Isotherme sehen wir hier mit diesem dunkelblauen. Und da kann es eben sein, wie auch heute, dass die Grenze auch mal ein bisschen darüber liegt, ja, weil die Temperaturen in 1500 Metern Höhe bzw. 850 Hektroferskalen eben auch mal auf die minus 3 Grad hochgehen. Und dann steigt natürlich auch die Schneefallgrenze an. So, dann ist es so, wir schauen das jetzt weiter, wir sind jetzt schon am Mittwoch, oben rechts natürlich immer die Timeline, für wann das eben ist. Und wir sehen auch so ein, ja, Nordost-Südwest-Gefälle. Hier die minus 5 Grad Isotherme, die zieht sich quer durch Deutschland, dementsprechend ist es im Nordosten kälter als im Südwesten. Die Schneefallgrenze liegt natürlich dann dementsprechend im Schwarzwald auch viel höher als zum Beispiel jetzt im Erzgebirge oder im Harz. So, und dann sehen wir dieses große Zentraltief hier und das hat hier so ein kleines Randtiefengepäck. Wir hatten das im letzten Video angesprochen, es handelt sich um ein kleines Polartief mit einem warmen Kern, sich hier über dem, oder beziehungsweise sich hier über der Nordsee bildend durch diese kalten Luftmassen in der Höhe. Der Temperaturgradient zur Wasseroberfläche ist eben sehr hoch und dementsprechend, ja, ein Polartief als Randtief mit ordentlich Isobarndringen. Und dementsprechend auch Wintersturmfeeling, wenn dann eben dort quasi dieses okklusionsbedingte Tiefdruckgebiet, beziehungsweise Mischfront-Tiefdruckgebiet, ja, also ein Polartief nochmal zur Erläuterung, ist ein Tiefdruckgebiet ohne warm- und kaltfront. Es entsteht eben rein in der kalten Luft aufgrund von, ja, warmen Wasser im Prinzip, ja. Und wird dann eben von diesem Zentraltief aufgefangen, hier herumgeführt und wird uns sehr wahrscheinlich in Deutschland bis auf den Nordosten, da kann es dann quasi in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein paar Überraschungen geben. Da kann es bis ganz nach unten schneien teilweise, ja. Polartiefs sind sehr interessant, hat man das letzte Mal gemerkt. Im Westen des Landes, da hat es hier unten in der, wo war das gleich, ja, im Osten von Frankreich über Nacht 30 cm Schnee gegeben, ja. Muss es aber nicht so kommen, aber sehr viel Überraschungspotenzial, würde ich damit sagen, ja. Dieses Tiefdruckgebiet wird uns quasi nicht beschäftigen, es zieht dann weiter. Und dann sehen wir schon, aus Westen wird eben, ja, um dieses Hochturgebiet, was eben hier liegt, Nordsee-Siff, ja, Höhenwärme reingeführt. Und dementsprechend, ja, kann man auch erkennen, seht ihr das hier, die Null-Grad-Linie in 1500 Metern Höhe kommt eben dann am Freitag rein. Und mit viel Wind, mit Regen, da wird es bis in die Kammlagen des Erzgebirges und teilweise auch des Bayerischen Waldes, sehr wahrscheinlich mal sehen, wie es da bis dahin durchmischt. Kann sein, dass bis dahin auch schon wieder kälter geworden ist, in Bezug auf das Timing des Durchschwenkens. Ja, kann es eben dann sein, dass es bis ganz hoch wirklich zu Tauwetter kommt. Aber dort oben, zum Beispiel auf dem Fichtelberg, oberhalb von 1000 Metern, da liegt dann so viel Schnee und der Zeitraum ist so kurz, dass dort wirklich nur mal ein ganz kurzes, wie soll man sagen, Zusammensacken sein wird. Es wird dann wieder anfrieren und das wird eine wunderbare Basis quasi für die kommende, sehr wahrscheinlich kommende, ja, Winterlage, die dann eben, ja, ab dem Wochenende folgt. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall sehr gute Basis, was die ganzen Skibetriebe dann angeht. Ja, Richtung Samstag hin, dann kann man schon erkennen, ja, ist die Spannung ein bisschen raus. Es ist ein riesengroßer Kältebatzen hier über dem Kontinent. Aber was passiert denn? Das schauen wir uns gleich an. Wie gesagt, jetzt kommt hier dieses Schneetief nochmal rein am Sonntag. Es wird wieder verbreitet kälter, aber wie gesagt, Flachland, Winter, können wir uns auch gut kleben. So, schauen wir nochmal genauestens rein in Bezug auf die Luftmassengrenze, ja. Wir sehen jetzt jetzt hier das GFS-Modell am, ja, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag quasi. Da sehen wir schon, wie gesagt, die sich hier etablierenden Luftmassen und auch die, ja, wahrscheinlich punktuell, das werden wahrscheinlich so Schauer auch sein, die dann quasi an einer Perlenschnur entlangziehen werden. Und wir sehen eben auch, diese Linie hier ist eben sehr barotrop quasi. Die Isothermen werden hier mit den isobaren parallel sein. Das nennt man Barotropie und dementsprechend auch kein Durchschwenken der Front und dementsprechend eine Luftmassengrenze, ja. Und die kommt natürlich dann auch nochmal richtig in die Staulage rein mit dieser Zugbahn, ja, weil die eben so richtig meridional zieht, ja, in Bezug jetzt auf die isobaren gesehen natürlich, ne. Und dementsprechend kann es dann auch hier ums Westerzgebirge sehr, sehr große Niederschlagsmengen in Bezug auf Schnee auch geben. Und gerade hier Dreieckhoffranken, A9, Münchberg, die ganzen Gebiete, die oberhalb von 600 Meter liegen, da wird es teilweise Donnerstag früh, wenn das so kommt, sehr wahrscheinlich nichts mehr gehen, auch auf den Autobahnen. Das könnt ihr euch gleich schon mal eintakten. Ja, wie gesagt, das Polartief interessiert uns überhaupt nicht. Das zieht weg, außer eben der ganz äußerste Nordosten. Hier ist zwar Regen auf der Agenda, aber wie gesagt, es ist in der Nacht. Das Polartief hat so ein bisschen Eigendynamik. Und dort kann es die Schneefallgrenze auch ganz runterdrücken und dort kann es eben dann auch schneiden, ja. Am meisten natürlich Potenzial beim Eindrehen hier hinten rechts auf der Seite dieses Polartiefs. Ich rede schon wieder viel zu viel, sehe ich gerade, um Gottes Willen. So, weiter im Text. Das Ding, wie gesagt, ihr seht das jetzt schon, ne. Das Ding wird im Prinzip dann, schneidet sich von der Barotropie, geht es immer mehr an die Baroklinität. Wir können das jetzt hier wunderbar sehen. Das Ding ist nicht mehr parallel zu diesen Isobaren und dementsprechend wird es eine schleifende Warmfront, die an den Alpen sehr viel Schnee bringen wird, sehr viel Stau-Niederschläge. Dann schwenkt das durch und wir können das hier erkennen, dass eben auch bis ins Erzgebirge rein die lilanen Farben weggedrückt werden und ja, sehr viel Niederschlag eben dann auch an das Erzgebirge donnern wird, aber eben in Regenform, ja. Dort wird sehr wahrscheinlich nichts mit Schnee sein, erst rückläufig dann Richtung Samstag, wenn die kalte Luft da reinkommt. Dort geht die ganze Geschichte dann wieder in Schnee über, ja. Am Sonntag dann, wie gesagt, nochmal dieses Durchschwenken dieses Tiefdruckgebietes, aber in Bezug auf die Details ist das alles, in Bezug auf die Wetterlage ist das alles noch sehr, sehr unsicher. Ja, ECMWF nochmal, können wir auch noch mit reinnehmen. Die sind auch durch mit dem Zwölferlauf, wir sehen das im Prinzip hier. Ja, jetzt ist aber eine kurze Pause angesagt, dann am Mittwoch immer wieder Schauer und vor allen Dingen dann auch immer wieder Niederschläge. Und die sehen zum Beispiel die Luftmassengrenze ein paar Kilometer weiter Richtung Südwesten gedrückt. Ja, dementsprechend wahrscheinlich dann auch ein späteres Durchschwenken der Warmfront an sich, ja, der Ex-Luftmassengrenze quasi mit einer tieferen Schneefallgrenze. Ja, vielleicht, wenn es nach EZ geht, die sehen das ein paar Grad kühler, die ganze Geschichte, auch vom Timing her. Ja, es ist hier in der Nacht, ne. Und da kann es eben vielleicht sogar sein, dass der äußerste, oder die äußerste Kammlage des Erzgebirges vielleicht sogar noch nicht in das Tauwetter reinkommt. Ja, also wie gesagt, aber dennoch sehr viel Niederschlag, was die ganze Geschichte eben angeht. Ja, und nach hinten raus, Rumgeeier hier, dann kommt wieder ein Tief rein am Sonntag, wie gesagt. Die sehen das Ding zum Beispiel hier, wenn wir mal gucken hier, GFS, ne, die sehen eben dieses Tief viel weiter im Westen, ne, mit einem Kern ungefähr hier. Und EZ, die sehen das Ding viel weiter im Osten. Und das meine ich in Bezug auf die detaillierte Vorhersage laut aktuellem Stand, das ist absolut nicht möglich. Ja, das ist so unsicher nach, also es ist so ein großes Rauschen drin. Ja, und ihr seht das halt, da brauchen wir jetzt noch nichts zu groß sagen. Aber es sieht eben dennoch da hingehend so aus, dass am Freitag Milderung reinkommt und eher Siff und wirklich Tauwetter bis recht weit hoch. Aber vielleicht kürzer, als man denkt. Man muss schauen. Weiter unten, wie gesagt, Flachland und die Lagen bis zu 700 Meter. Da wird es dann schon ordentlich tauen, bin ich der Meinung. Also da sind sie sich schon relativ einig, die Modelle. Ja, der Wind nochmal. Wir sehen das jetzt hier. Wir gehen das auch wieder durch. Oben rechts immer die Timeline für wann das eben ist. Mittwoch, ja, jetzt in der Nacht ein bisschen abflauen der Wind. Und dann morgen schon wieder, ja, ein Aufbäumen des Windes hier oder Auflehnen. Ja, wir sehen das hier, die Luftmassen bzw. die Isobahnen, die sind eben sehr dicht aneinander gedrängt. Und wir sehen das hier, die ganzen roten Farben. Das sind so teilweise wirklich Windgeschwindigkeiten von 60, 65, 70, teilweise auf exponierten Lagen, auch 80 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen. Also es geht im Prinzip so weiter wie heute, ja. Gut, in Bezug auf die ganzen Niederschläge natürlich mit dem Flair dazu, ne. Dann kommt eben ein kleines bisschen mehr Windabflauen rein. Und wir sehen auch in Bezug auf die Luftmassengrenze, ja, wir sehen das jetzt hier, die Luftmassengrenze schwenkt durch. Und hier wird es teilweise relativ windstill werden. Und da kann es eben sein, durch starken Niederschlag, isothermisch bedingt, Niederschlagsverdünstungskälte, der fällt einfach runter, kann es eben sein, dass es bis weiter runter wirklich weiß wird im Bereich der Nichtdurchmischung bzw. wo eben dann dort kein Wind ist, ja. Also das müsst ihr darauf achten. Wenn der Wind einschläft und Niederschläge stellen sich ein, kann es die Schneefallgrenze tatsächlich weiter runterdrücken, als man wirklich annehmen würde. Und dann guckt man nächsten Tag raus und es ist wirklich auch im Flachland ein bisschen weißer. Aber wie gesagt, in Bezug auf die Bereiche hier, Thüringer Wald, Dreieckhoffranken, Fischegebirge, Westerzgebirge, dort wird es am Donnerstag früh sehr wahrscheinlich eher größere Probleme im Verkehr geben. Ja, schauen wir nochmal auf die Temperaturen. Wir sehen das jetzt hier, ja, die Nullgradgrenze, ich gehe das jetzt mal schnell durch, die ist bis zum Donnerstag nur in den Kammlagen der Mittelgebirge zu sehen und in den Alpen. Ansonsten hier, Icon zum Beispiel, die Deutschen, die sehen das jetzt im Zwölferlauf tatsächlich, wie eben hier die Kälte, ja, in der Nacht zum Freitag schon bereits eben von Westen weggedrückt wird und selbst plus gerade in den Kammlagen der oberen Mittelgebirge eben, ja, in den Kammlagen der Erzgebirge, Bayerischer Wald und so weiter eben dann, ja, sein wird. Und dann muss man schauen. Na, die Schneesummen in Bezug auf Kilogramm pro Quadratmeter bis zum Sonntagmittag sehen wir hier. Mit dem Icon U-Modell. Teilweise 30, 35 Kilogramm auf den Quadratmeter, sprich so in die 30, 35 Zentimeter Schnee, je nach Taubung. Das muss man eben sehen, wo befindet man sich, wie kann das zusammensacken. Natürlich weiter oben, wenn der Taubung größtenteils negativ geblieben ist. Dort ist es halt eben so, dass die ganze Geschichte nicht so zusammengesackt ist und dort gegebenenfalls auch ein Faktor 1,2 oder 1,5 genommen werden kann und dementsprechend auch 40 Zentimeter bei 30 Kilogramm Schnee auf den Quadratmeter bei raus oder rumkommen können. Und dann zoomen wir mal rein, schaut mal, was hier unten in den Alpen abgeht. Teilweise 200 Kilo, 200 Kilogramm auf den Quadratmeter in Schneeform. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also hier unten, gerade so wilder Kaiser, Salbach-Hinterklemmen. Die werden zugeschüttet, bis der Arzt kommt. Ja, bis zum Wochenende. Also wenn ihr dort unterwegs seid, stellt euch auf sehr, sehr viele Niederschläge, sehr, sehr viel Schnee, oberhalb von 1500 Metern Höhe ein. Also dort wird sehr, sehr viel gehen, beziehungsweise gar nicht gehen. Ja, weil eben im Bezug die Hand vor Augen nicht gesehen werden kann auf den Pisten. Das macht dann auch keinen Spaß. Aber wenn ihr das hochzüglich drüber legt, à la bonneur, Kaiserwetter in Bezug auf auch neuen Schnee und wunderbare Pistenbedingungen. Aber die Zeit bis dahin wird eher ungünstig. Schauen wir auch noch mal auf das GFS. Zum selben Zeitpunkt, ja. Wir sehen das jetzt hier. Die sehen die Luftmassengrenze gerade im Erzgebirge und im Westerzgebirge. Ein kleines bisschen krasser. Dort werden auch teilweise 80 Kilogramm auf den Quadratmeter in Schneeform berechnet. Ja, also wie gesagt, je nach Taubpunkt kann das auch einen Meter Schnee im Westerzgebirge oberhalb von 800, 900 Metern eben geben. Ja, wir sehen das aber auch in den flacheren Regionen. Und gerade was hier so, ja, um die 700, 800 Meter liegt, ja, da wird es schon viel weniger. Sprich, es ist wirklich wahrscheinlich nur hier der Peak in Bezug auf die Auflösung des Modelles, ja, dass das eben wirklich bloß die obersten Kammlagen betrifft. Genau wie den großen Aber. Aber, wir sehen ja auch hier unten, das GFS sieht es nicht ganz so extrem, in Anführungsstrichen, in Bezug auf die Neuschneemengen in den Bereichen, selber Hinterklemmen, Wilder Kaiser und so weiter. Ja, dort ist es halt eben so, dass nur bis zu 140 Kilogramm auf den Quadratmeter Schnee berechnet werden, ja. Tut der Sache auch keinen Abbruch. Ob das nur zwei Meter sind oder 1,50, das können wir uns schenken. Das ist katastrophal. Wenn man quasi sich auf der Straße befindet, zu dem Zeitpunkt, ja, beziehungsweise sich auf der Piste befindet und eben die Hand vor Augen nicht sieht, ne, weil es eben so stark schneit. Ja, in Bezug auf die ganzen Wiederschlagsummen, ja, wir wollen ja auch mal für das Flachland nochmal was sagen, was hier in Schneeform gefallen ist, haben wir eben schon gesagt, aber das bedeutet eben so um die 75 bis 80 Liter auf den Quadratmeter, kommen wir bis zum Sonntag zusammen, ja, im Nordstau des Erzgebirges aus aktueller Berechnung und wie gesagt, in Bezug auf das GFS-Modell natürlich jetzt hier, ne, auch bis zu 150 Liter auf den Quadratmeter in die bereits eben angesprochenen Gebieten. Wir können auch nochmal ganz kurz, wir sind eh schon wieder bei 18 Minuten, um Gottes Willen, kann man auch nochmal kurz reinnehmen, jetzt wenn wir eh schon so weit sind. Jetzt hier das Icon-Modell, ja, die sehen hier unten tatsächlich lilane Farben und wenn man dann hier so reingeht, wow, das sind ja teilweise wirklich bis zu 200 Liter auf den Quadratmeter, ne, in Schneeform, also das könnten wirklich historische oder historisch ankratzende Schneesummen werden hier, da kann es, pff, da kann es schon kritisch werden, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn ich mal diesen Modell halt put, jetzt hier so zu Gemüte führe oder mir so zu Gemüte führe. Ja, Leute, wir sind jetzt knapp bei 20 Minuten, es tut mir leid, aber, ja, schaltet ab oder nicht, ich kann es nicht ändern, wenn man jetzt mal die Zeit hat neben der Arbeit, dann wird es eben mal ein bisschen ausklamösert hier und das dauert eben auch mal ein bisschen länger, es ist eben so, manchmal hat man die Zeit, manchmal eben nicht und dementsprechend muss man auch mehrere Themen manchmal in ein Video packen und dann dauert es eben wirklich mal 20 Minuten, das ist leider so. Ja, wir sehen jetzt hier das alte GFS-Ensemble, also die 30 verschiedenen Member, in Bezug auf die Graphen, beziehungsweise die Berechnungen der 30 verschiedenen Member in 1500 Metern Höhe. Ja, und wie gesagt, wenn alle 30 verschiedenen Member einer Linie sind, die wir hier im Bund finden, ja, dann ist die Prognose sehr sicher und wenn die dann auseinander gehen, ist die Prognose eher unsicher, ja. Und dementsprechend könnte man vor zwei Tagen, das ist ein altes Ensemble für die Mitte Deutschlands, ja, da kann man eben sehen, dass hier ab dem 4. Februar ungefähr eine Milderung zu sehen ist. Scheiße, Tauwetter, so ein Mist und hier einzelne Leute sehen hier eine kalte Wetterlage, ja. Viele Niederschlagsignale, oberhalb von 500, 600 Metern die bereits angesprochenen Schneefälle. Nehmen wir das Neue, siehe da, ja, das kann man ja sehen, es ist eben so, dass die ganze Geschichte hier nach unten gegangen ist und zwar ordentlich. Die ganzen Graphen haben sich hier nach unten angenähert und was steckt denn da für eine Wetterlage dahinter? Tja, schauen wir mal, ja, nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt die Temperatur in 850 Hektopaskal, sprich die einzelnen Berechnungen für Mitteldeutschland jetzt in Bezug auf die 850 Hektopaskal Temperatur. Und dementsprechend auch das, was der Hauptlauf jetzt hier ausspuckt, der Hauptlauf ist der grüne hier. Den gucken wir uns jetzt an. Und was kommt hier dabei raus? Wir sehen, wie gesagt, nochmal diese Warmfront am Freitag jetzt hier durchschwenkend und dann nach hinten raus. Hier, das Pinke, sind alles unter minus 10 Grad Celsius in 1000 Metern Höhe. Und dementsprechend kommt die ganze Geschichte hier volle Möhre, hier ist ein Hochdruckgebiet, das ist ein Skandinavienhoch, baut sich hier auf. Volle Möhre aus Osten und dementsprechend würde sich hier eisige Luft über die Schneeflächen, ja, etablieren. Teilweise minus 15 Grad in 1500 Metern Höhe, also so eine richtige Eisluft. Und ja, die Westdüse würde im Prinzip an dieser trägen Eiskaltluft kaputt gehen. Das würde die bei diesem Hochdruckgebiet hier nicht schaffen, durchzubrechen. Wenn wir mal hier gucken, 1054 Hektopaskal, das ist ein richtig kräftiges Hochdruckgebiet. Und da kommt diese publiche Westdüse nicht gegen an. Wenn das wirklich so kommt, also das würde wirklich Ostlage bedeuten. Ja, und zu guter Letzt natürlich in der 23. Minute der Blick auf den Polarwirbel. Wir sehen hier die Strömungen in 10 Hektopaskal, beziehungsweise in 35 Kilometern Höhe ungefähr, ja. Und das Blaue ist richtig viel Dampf und das Gelbe ist eher weniger Dampf. Und da können wir schon erkennen, wo der Polarwirbel sich befindet. Der befindet sich ziemlich genau auf dem Nordpol. So, aber was man auch noch sehen kann, hier oben seht ihr im Prinzip am 60. Breitengrad die Summe aller quasi U-Vektoren in Bezug auf die Rotation. Alles was, ja, wie gesagt, am 60. Breitengrad, das ist ungefähr jetzt hier, ja. Und umso mehr die Drehung quasi über dem 60. Breitengrad, über dem Nordpol liegt, umso schneller, beziehungsweise umso mehr Dampf, umso besser aufgebaut ist eben der Polarwirbel. Und dann kann es eben sein, dass der Speed abnimmt. Jetzt baut er sich nochmal auf, weil er eben ziemlich genau über dem 60. Breitengrad eben liegt, ja. Alles top sozusagen. Und dann ist es so, dass sich das Ding nach hinten raus ein bisschen mehr in Richtung Kontinent, beziehungsweise nach Russland verkrümelt und der Dampf auch nachlässt, ja. Bloß noch einen Meter pro Sekunde in Bezug auf den 60. Breitengrad hier. Denn es ist so, hier mit der Strömung, ja, also das ist quasi auch zyklonale Eindrehung auf der Nordhalbkugel, ja, ist ja ein Tiefdruckerbiet der Polarwirbel. Und in Bezug auf den 60. bzw. auf den U-Vektor am 60. Breitengrad ist hier eben als einziges bloß noch der Bereich, wo sich die Strömungen eben überlappen, was eben positiv werden könnte. Und hier ist es dann so, dass die ganze Geschichte umkehrt. Durch dieses Hochdruckgebiet drehen sich eben die U-Vektoren. Und dementsprechend hebt sich das auf und der Dampf nimmt ab. Und dementsprechend, ja, könnte es eine Labilisierung des Polarwirbels, ja, gegen Ende Februar, tatsächlich dann auch im wetterwirksamen Bereich eben geben. Ja, ich hoffe, ihr könntet mir jetzt folgen. Ich habe sehr, sehr viel Input euch jetzt gegeben. Es war eigentlich wieder nicht meine Absicht. Aber es ist eben nun manchmal so, das macht mich eben aus. Ich nehme die Sache sehr genau. Und wie gesagt, Larifari-Wetter könnt ihr woanders gucken. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir geht es in den Tischereien. Und wem das nicht gefällt, der muss sich das ja auch nicht angucken, ja. Es ist keine Dienstleistung, es ist mein Hobby. Und wer daran was, ja, der daran teilhaben möchte, der kann das gerne tun. Ansonsten gibt ja auch noch andere Kanäle, ne. Gut, das sollte es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später, wenn ihr möchtet. Ich melde mich natürlich, ja. Glück auf und ciao.